Herzlich Willkommen in Rudo. Wir haben hier ein 600 Quadratmeter großes Grundstück, unter kein letter Bungalow mit insgesamt 100 Quadratmetern Wohnfläche. Ich stehe hier auf der Terrasse dieses schönen Grundstücks. Die Terrasse ist nach Süden ausgerichtet. Wir haben insgesamt eine Grundstücksgröße von knapp über 600 Quadratmetern auf diesem rückwärtigen, sehr ruhig gelegenen Grundstück. Infrastruktur ist hervorragend. In fünf Minuten ist man fußläufig am U-Bahnhof Zickauer Damm. Die Autobahnauffahrt Stubenbrauchstraße ist mit dem Auto auch in nur zwei Minuten erreichbar und das Zentrum von Alt-Rudo erreicht man fußläufig auch in knapp zehn Minuten. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, das war's für heute. Das war's für heute. Und da, die neue Weltiliterung bin. Und das ist wirklich eine von blöden Erlöfer. Und da, ihr in die Weltiliterung, Vielen Dank.